Ja, mein Name ist Robin Lasco. Ich gehe zum Weihnachtschef-Berufskolleg und hole hier meinen Realschulabschluss nach in der B2W2. Das ist eine Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung. Ja, wie habe ich mich gefühlt in den 5-6 Wochen, wo ich zu Hause war? Es war eine neue Situation, die ich so nicht kannte. Ich bin ja auch ziemlich jung. Ich habe sie als sehr aufregend erlebt und als sehr neu. Ich habe versucht, das Beste daraus zu machen, aber es war natürlich anstrengend, auch wenn man als 20-Jähriger 5-6 Wochen mit den Eltern unter einem Haus lebt, dann reicht es auch irgendwann. Und auch das mit dem Homeoffice, das musste sich alles erstmal einspielen. Aber ich finde, wir haben das relativ gut umgesetzt hier mit der Schule, mit dem Weihnachtschef-Berufskolleg und fühlte mich auch sehr aufgehoben, auch wenn ich zu Hause war. Worauf freue ich mich am meisten? Ich freue mich am meisten darauf, dass ich mit meinen Mitschülern und Freunden, enge Freunde wieder zusammen lernen kann, zusammen Spaß haben kann, zusammen auch Bock missbauen darf, die Lehre ein bisschen zu Weißblut bringen darf. Wir sind zu zweit in einer Klasse momentan. Ich sehe das auch als Chance, intensiver zu lernen. Nichtsdestotrotz versuchen wir, andere Mitklässler über Moodle, das eine Internetplattform, mit einzubinden. Und das funktioniert auch sehr gut. Meine Mitklässler sind sehr diskriminiert. Und da möchte ich auch mal ein großes Lob aussprechen. Und ich freue mich sehr, sie jeden Tag, zwar über Internet, aber sie jeden Tag sehen zu werden.